Vorhand Topspin, zwei Bälle diagonal, zwei Bälle parallel. Ja, sehr gut. Hallo Tischtennisfreunde, ich bin Michael und ich möchte euch jetzt mein Returnboard hin vorstellen. Hallo Johanna. Hallo. Hallo Konstantin. Hallo. Rückhand Topspin, zwei Bälle parallel, zwei Bälle diagonal. Gut. Gut. Vorhand Topspin, zwei Bälle diagonal, zwei Bälle parallel. Warte mal, wieso ist das jetzt nicht zurückgegangen? Hm, das ist der volle Zoom. So viel brauche ich ja nicht. Das sieht man aber fast nicht, dass die anders reingestellt sind. Man sieht es kaum durch die Entfernung. Das ist hier an der Seite, muss man es machen. Ich habe ja Fotos, die gebe ich dazwischen, wo ich die Einstellungen zeige. Also brauchen wir eigentlich jetzt, die füge ich dann ein, die habe ich schon noch. Okay. Ist immer noch weit dran, oder? Ja, wie kommt das?